Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei der fünften Folge Final Fantasy 15 in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen eingekauft, haben ein bisschen was gemacht und haben ein neues Jagdziel, also haben wir nicht wirklich gekippt, es gibt ja noch einiges hier zu sammeln, da ist ein Jagdziel, der Wieferlands hinten ist was größeres, so wie es aussieht, aber ich wollte das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte nämlich, was hier auf dem Haufen ist, Minimark, genau, ein bisschen Kräuterzutaten sammeln, das Ding ist halt echt ein bisschen geil, schönes Dach, vom gesamten Stil hier finde ich immer noch, es ist, Ja, hoffe ich auch, Breitschwert, Motorklinge Plus Kriegsklinge, Angriffskraft ist die Höhe, ja, Gefühl, Hund Ja, würde ich die gerne einmal kaufen Die sind im Geschäft Den hier auch einmal und die auch einmal Oh, Entschuldigung, ähm Dann kaufen wir uns auch noch das Breitschwert immer Bis in Wälde Jo, bis in Wäldini Ähm Ich klicke immer auf die falsche Tasche, erstmal Ausrüstung, Noctisch, Motorklinge, er kriegt das Breitschwert Die B-Hander wird es noch nicht klinge und Deutsche werden zu Brechern und Handvoll Waffen werden zu Coquitüs Ja, sieht doch gut aus Haben wir Erfahrung, können wir ja gerade keine verteilen Aus bestimmten Gründen Oh, und Jumper, diese Autos zu bejumpen ist unmöglich Es gibt einige verschiedene Modelle, muss man sagen Vor allem ist mir schon trotzdem viel für so ein Spiel, was ja quasi nicht wirklich auf Autos setzt Wollen wir was kaufen Gute Idee Da wird die Runde sich frei Das sieht aber auch echt ganz schön aus, der in den Raum Muss man auch mal sagen Da hinten, den 200 Bädern ist unser Ziel Irgendwer Laufwege sind halt relativ weit Natürlich Wo wollt ihr hin, hier der Bus? Hm, 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 hm Weißt du, das ist der Fakalende Neher Fertigkeiten Das ist genau das Kann man sich irgendwie auch angucken, was die Talente, was die Gruppe kann Ja, das Was kann die eigentlich? Neues Rezept, wilde Jägerspieße haben sie gekriegt Oh, neuer Filter Roadtrip Hm Aber 10 Stufen ist nicht ganz so viel Nur sollte eigentlich relativ verhältnismäßig schnell gehen Hm Ich glaube, du bist stolz, dass du irgendeines Fach an bist Dass du voraus bist Warum habe ich noch 44 IP auf der Tasche eigentlich? Äh, Aufgaben? Ja Verletzte Dale verzählte von einem Doppelhorn 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 So viel ist hier aber anscheinend nicht los Ah Schön Ah Einfach mal durch die Landschaft gehen und ein bisschen die wunderschön gestaltete Welt genießen Ah, die frische Luft ist auch gut Nachher eine kleine Pause Du sagst es Der Bendersnitch Jetzt mal im Ernst Das ist zu riskant Also Lassen wir's? Nee Schon okay Los geht's Jetzt mal im Ernst Ich hasse dich Äh Bendersnatch? Analyse Hallo? Ich probiere den Jetzt kann man analysieren Ich würde noch mal wissen wie viele Trefferpunkte der hat Boah, das dauert ja ultra langen Dienst zu analysieren Ähm Ja Es lebt 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 Und 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 Fertig 75.000 Äh Nein Hup Äh Wie komm ich hier wieder raus? Gladius In diesem Klopper komm dir niemals an Es lebt 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 bei Für Funk Chin Es lebt Nein Nice Aus ... Die Nein! Okay. Ach, du schon hier. Guckt man eigentlich hier wieder raus? Ähm. Jetzt geht er auf. Puh. Jetzt ist er wieder raus. Oh, ho. Ey, ja. Lief jetzt nicht ganz so gut, wie vielleicht vermuten lässt. Mann. Was für ein Brocken. Na, dann mal los. Höh. Schlecht. Ach, dann kommen wir noch mal neu an. Nach dem langen kommenden können wir nichts machen. Okay. Ich glaube, dann bleiben wir hier oben. Weil, ähm. Ist, glaube ich, nicht so das Geilste. Wer hat mir da einfach oben gebracht? Oh, no, no. Ich bekübe dich. Oh, noch das. Ähm. Wow. Ach, da. Hey, lass den Quatsch. Ach, da. Ach, da. Ach, da. Ach, da. Ach, da. Mal fix analysieren. Ups, da ist ein Husch und wir gehen durch hier. Oh. Gehen wir? Ja. Ja. Äh, wir kommen hier gerade nicht mehr raus aus der MP-Stase. Auf der Wachter, auf der Rückseite. Was ist das? Lußes Tomaten. Okay. Halt hier aber keine weiteren Tomaten, die es zu füllen und zu geben. Das ist nicht klar. Warte mal hier kurz rein. Inventar, zeig mal her. Äh, sobald wir eine für nichts verballert haben. Sehr gut. Die Waffen sieht gut aus. Bronzereif. So viel haben wir nicht. Hm. Da weiß ich nicht, ob ich da was verkaufen können. Hm. Okay. Hä? Schwabler? Bomber? Ach. Zum Anhalt. Ähm, wenn ich hier... Hier vorne ist ein größeres Gebiet. Habst du da was für einen Skip zu holen? Vielleicht mal eine sehr interessante Frage. Was ist das hier? Raststätte Langwurf. Ob da vorne was hieß, ist die Frage. Da, warte mal. Ja, bleiben wir hier in Deckung. Um ein bisschen uns hochzupippen, energiemäßig. Wer sonst schon... Denk an, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Aua. Kinderleicht. Ausch. Große Waffen sind bei schnellen Gegnern nicht gerade die beste Wahl. Und das kommt ausgerechnet von dir. Ja. Hat ja nur einen Preis überklärt. Äh, warte mal, ja. Heiltrank. Relics here. Adios. Weiter. Ja. Ja. Wir sind die Max-MP-HP wieder hochtreiben, die wir jetzt gerade ein bisschen runtergetrieben haben, indem wir gegen, ähm, das da gekämpft haben. Da ist ein böcher Wulff. 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 Aufkassel. Aber wir leveln uns echt relativ vollständig schnell. Hüpp. Äh, stopp. Ich gleite gerne Berge hinab, also Steine, Berge. Natürlich, dies ist offiziell ein Berg, wo du es wirst. Komm mal, hier Vogel. Ach, das ist dies mit den riesigen Mauen, ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Glaube ich jetzt nicht, dass wir da reinkommen. Unbeschreiblich. Eine ganz andere Welt als zu Hause. Oh, warte mal. Genau, das ist da, wo wir angefangen haben zu spielen. Die Frage. Okay, ein Auto kommt nicht, da kann man auch rüber laufen. Leute, passt auf, nicht, dass wir überfahren werden. Bache, alle tot. Das wäre eigentlich so. Alle tot. So endet die Geschichte von Noctis. Das ist, ähm, das ist das denn, so das ist hier, diese. Ja, ist ein Tod, die Taodi. Ach, 800, uh. Dann seid ihr gut. Die mache ich alleine für dich. Komm her. Klingt, als würde es dir blendend gehen. Ähm, ja. Wenn schon diese Melodie nur beim Auflernen kommt, kann man sie auch mal so schön drinnen von so jemanden haben. Äh, hier geht's nicht hoch. Super. Dem, 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 dem. Ich glaube nicht, dass wir da reinkommen, oder? Wir können das ganze Ding umrennen, aber... Die Frage, ob sich das eher lohnt oder eher nicht. Ist das lästig? Klappe zu, Mann, 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 Klappe zu, Mann. Verschwinde! Oh, wie heilig. Ich bin... Hey, hier ist aber was zum Abf... Äh, äh, Abf... Absorbieren, bitte. Puh. Maximale Kapazierdreht erreicht. Okay. Mist. Ich hab Sand... Magi... Ja, mit einem leeren Flakon. Ja, mit einem leeren Flakon. Okay. Mal, ob ich das da reinfülle. Ja. Was ist jetzt? Ja, ich habe eine Gratulation. ok ach da unten das ist ja entuschend Alchemist so funktioniert das jetzt haben wir hier nochmal und haben da ja noch ein bisschen Eis pass auf da kommen wir ins Eis rein und das habe ich übersehen das Synthese so schüttelt ihn halt aus so funktioniert es also kann man zurückgehen und das restliche Feuer wollen wir hier campen ich weiß nicht ob ich die anderen die man so gefunden hat sich im laufenden Abenteuer wieder auffüllen das ist ja eigentlich schon zuerst ja Aua das ist ja pass mal auf meine Freunde ausrüsten da heiß Aua das ist ja erst mal ach stimmt ihr wisst ja vielleicht erst mal was machen los point in the shadow verdammt flink alle fit weiter geht's weiter geht's okay die knurren irgendwie doch die sind nicht gut die schlafen nur ja irgendwo ist hier noch ein da vorne ist das letzte das letzte flag kunsten wo das ich gerne haben und das hammer passt und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder das heißt Final Fantasy 15 ihr wisst schon was sonst Final Fantasy 15 das ist ein kommentierender versehen und teilen haut rein tschüss tschüss